Hallo, ich bin Ana, eine Ernährungsberaterin mit einem Abschluss in ästhetischer Gewichtsabnahme. Seit über 10 Jahren bin ich Chefköchin für rohe und lebendige Küche. In diesem Video erkläre ich die Unterschiede zwischen Frugivorismus, Rohkost, lebendiger Ernährung und Frutarismus detailliert. Beginnend mit dem Frutarismus, den viele Leute mit dem Frugismus verwechseln. Wenn jemand das Wort Frugivorismus hört, denkt er sofort an nur Obst, was nicht wahr ist. Frutarismus wäre nur der ausschließliche Verzehr von Früchten, von denen es übrigens viele Menschen gibt, die schon lange Frutarier sind. Jedoch bin ich keine Frutarierin. Die Rohkost basiert auf der 80-10-10-Ernährung, das heißt 80% Kohlenhydrate, 10% Fette und 10% Proteine. Die Kohlenhydrate stammen hauptsächlich aus Obst, Gemüse und rohem Gemüse. 10% der Fette stammen aus Nüssen, Kokosnüssen und Avocados sowie einigen Nüssen und 10% der Proteine stammen aus diesen Lebensmittelgruppen, weil viele Leute nicht wissen, dass Obst, Gemüse, Nüsse alle Proteine enthalten. Im Chloriburismus kann es dieselbe Proportion von 80-10-10 geben, aber wir fügen neue Lebensmittelgruppen hinzu, wie Hülsenfrüchte, Getreide, Samen, Kichererbsen, Linsen, Erbsen, Chia, Leinsamen, Kürbiskerne und so weiter. Und Hülsenfrüchte, die in Form von Keimung, also gekeimt, verzehrt werden, können sowohl roh, eingeweicht, einige auch gekeimt, als auch rohes Obst, rohes Gemüse und rohes Gemüse oder gefroren oder getrocknet und auch ein Teil fermentiert, sei es Gemüse, Obst und einige Ausnahmen wie Olivenöl, Kokosöl, die trotz roher Kaltgepresstheit raffiniert sind, was vermieden werden sollte. Also es hängt von der Person ab, die die Diät befolgt, ich zumindest konsumiere nicht. Es gibt auch die Frage des Kakaos, der verkauft wird, geröstet, aber einige Fleischpresser verwenden ihn. Aber ich benutze es nicht, ich benutze rohes, weil es Marken gibt, die rohen oder gekeimten Kakao verkaufen, in meinem Fall benutze ich gekeimte Kakaopulver mit Sahne. Die lebendige Ernährung ist sehr ähnlich wie Rohkost, nur dass die Menge an Keimlingen viel größer ist, fasst die Grundlage der Ernährung Keimlinge und Sprossen. Es gibt auch eine große Menge an lebendigen Säften, die aus diesen Sprossen hergestellt werden, sowie eine kleine Menge an rohen oder lauwarmen Früchten, Gemüse und rohem Gemüse. Und die Verwendung von Tiefkühlkost ist nicht erlaubt, das heißt nur frische Lebensmittel bei Raumtemperatur. Oh, aber was ist erlaubt? Rohkost ist Teil einer gesunden Ernährung. Meine Ernährung variiert. Manchmal fokussiere ich mich mehr auf Rohkost und Obst, manchmal weniger. Ich bleibe nicht auf eine Art der Ernährung beschränkt. Jetzt zum Beispiel, da ich dieses Bio-Obst aus der Serra Doi Pute habe, werde ich empfindlicher, oder? Das nutze ich, Obst verdirbt schneller, oder? Ein Teil davon habe ich eingefroren, circa 5 Kilogramm Yapa, bereits im Kühlschrank, abgesehen von drei Yapas hier, unsichtbar. Also werde ich in dieser Zeit kühler sein, aber es gibt Zeiten, in denen ich mehr Keimlinge mache, mehr fermentiere, kurz gesagt. Bei Fragen bitte in den Kommentaren stellen, ich beantworte sie gerne. Wenn du dem Kanal noch nicht folgst, folge mir, kommentiere dieses Video mit deiner Frage und folge mir auf meinen anderen sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook und TikTok, wo ich viele Beiträge veröffentliche. Ich poste sehr coole Rezepte, okay? Das ist es. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Kuss!